So, Hallöchen. Willkommen zurück zu LS13. Heute mal kurz alleine. Es ist noch ziemlich früh. Ich dachte so, dass heute die Folge nicht ausfallen muss, da wir, wie gesagt, gerade Korne aufnehmen können. Der Christoph, der hat andere Probleme. Der wird euch das vielleicht irgendwann mal erzählen, wenn er wieder da ist. Das kann jetzt einige Wochen dauern. Und die anderen, ja, keine Ahnung, müssen ja erst alles Bescheid sagen und so weiter. Dann machen wir einfach so eine ganz gemütliche Folge und ihr seht, das Unkraut ist weg. Es gab nicht ein kleines Update auf dieser Map, die 1.2. Und da seht ihr, da wurde total, der Unkraut-Mod wurde entfernt. Es gibt jetzt keine Unkraut-Reste mehr. Und das ist natürlich sehr schön. Wir tun nur fix noch ein bisschen Mais machen. Wir sehen Reste hier, was der Hälfte gerade noch machen kann. Dann hätten wir das Feld dann nicht fertig. Können wir den dann schon umsetzen, weil ich denke mal hier drüben, das können wir auch gleich noch mitmachen. Da war ja noch kein Mais drauf. Und ansonsten könnten wir dann ein paar Ballen einsammeln. Wie gesagt, wir machen jetzt das, was mit so einem Multiplayer, ja, nebensächlich ist. Was man, wie gesagt, auch alleine machen kann. Und dann hoffe ich mal, mal sehen, heute Abend vielleicht 20 Uhr. Vielleicht können wir da wieder eine Runde aufnehmen, mal sehen. Ich weiß es noch nicht ganz, weil ja morgen wieder Schule ist. Und damit muss ich erstmal gucken, wie ich das handhaben werde. Achso, hier ist schon. Okay. Macht es jetzt hier? Äh, macht es nicht. Doch. Ach, wo ist es? So, sonst ist es ja überall. Gucken wir nochmal, ob ich es. Der Pasi hat das ja gemacht eigentlich. Und sieht jetzt um hier aus. Oh Gott. So, dann als Änderung wird es noch, denke ich mal, dann, äh, den Klass Lexion 780. Ich tue ich mir gerade drunterladen. Der wird dann auch mit reinkommen. Und, ja, da wird es dann auch mit, wenn wir dann genug Geld haben, dann haben wir dann auch mitkaufen. Und, äh, als dritten Trascher im Bunde. Wie gesagt, wie gesagt, ihr braucht nur noch den Mod runterladen, den eigentlichen Strom-Mod, und dann ist das schon fertig. Hier war ja der grünen Dünger-Tropf, deswegen brauchen wir gar nicht düngen. Aber warum der manchmal aussetzt, das will ich nicht mehr machen. Und da war es. Aber wenn, wie viel das heute kostet, können wir dann auch noch mitkaufen gleich. Wenn es überhaupt nur noch nähe mit von der BGA ist, dann können wir dann schön häxeln. Wenn nicht, dann werden wir jetzt, äh, auch viel Mais machen, dass wir eben mal die BGA-Silos und so weiter voll bekommen. Dass wir dann eine Weile erstmal ein G-Mais machen müssen. Und dann werden wir ordentlich Kohle da mitmachen. Ich will bloß fix hier das Vorgewende machen, dass der Helfer dann keine Probleme hat, dass er irgendwie anfahren muss. Aber ihr kennt den ja selber. Er macht jedes, was er will. So, und dann fahren wir nochmal immer hier zurück, dann würde ich sagen, wir machen das mit dem Himmel und Kaffeln. Schon schickt die Säemaschine. Hier habe ich somit auch nicht gefordert. So, und dann lassen wir einfach den Helfer jetzt hier rumdüsen. Und wir können derweil was anderes machen. So. Lalalala. Achso, und außerdem, ähm, gibt es, warum ich so kein Schwo zu sehen, die ist Stroh, aber ist das? Das sind nur die Maisreste. Hm, wer weiß. Warum jetzt hier Maisreste rumliegen? Naja, vielleicht hat sich auch was getan. Ist ja egal. Ähm, und zwar, bei den Mods, im Sonderangebot, aha. Hm, ne. Ähm, Traktoren, die kennen sie auch schon. Diesen Radler da hier. Der kann, der fast 40.000 Liter, das erste, und zweitens kann der 14, äh, Früchte, äh, aufnehmen. Also können wir damit dann auch, äh, die ganzen anderen, die Haufen und so weiter wegmachen. Das ging damit. An den Maschinen, wie gesagt, da kommt dann noch der, äh, 780er dazu. Das kennt ihr schon. Ja, wenn da auch bald zum Ein-Einsatz kommen, und hier seht ihr, na ja, der hat ja preise, bisschen utopisch, aber die neuen Pflüge, die werden wir auf uns jedenfalls beschaffen. Da die halt ja so billig sind, können wir die ja uns gleich mal leisten. Das bin ich mal kurz gespannt, wenn wir das jetzt was der dann jetzt hier rumspült. Ich kann mal sehen, ob der jetzt Mais macht, oder ob der jetzt, äh, äh, Weizen. Mal sehen. Und? Der macht echt Mais. Wo macht der Mais her? Ach ne, Stroh. Sehr schön. Gut. Hät man das. Gut. Alles Gute ist, dass ich puls. Wie bei mir letztes Mal. Ja, weiß. Na gut. Fällt mir was noch ein Bild besser, weil man, wie gesagt, letztes Mal war das Gas so voll. Und so. Geht das. Gut. Mal hab ich so die Runde zu Ende hier. Da war das hier unser Probefeld. Da muss man kurz schauen, wie der Mod agiert. Ja. Da liegt Stroh zwischen dem. Aber rein theoretisch durfte hier kein Stroh liegen. Und hier liegt wel jetzt. Sehr schön. Gut. Dann. Ähm. K. Okay, du musst das auslernen. Den zum Beispiel können wir sauber machen noch. Der Kerscher ist ja da. So. Das passt soweit. Okay. Was ist denn los hier oben? Äh, warum hast du denn hier wieder weiter gemacht? Das passt so. Komm, ab geht's. So. Ähm. Welchen wollte ich? Ich wollte den hier. Okay. 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 Ich fahre mal rein. Schön lustig. Legt der Maiswechsel rum. Der Foto vom Mais. Ja. Auch vom Mais ist das auch mal egal. Macht ja nichts. Uh, der Bunker umdämen wir dann ab. So, da fahren wir den Bunker ein. Das passt alles in den Hänger rein. Das ist schön. So, da fahren wir den wieder heben. Wie gesagt, das ist ein Testfeld. Das gehört nicht so eigentlich nach vorne. Und. Kostenpunkt. Ja, wie gesagt. Gucken. Da tun wir auf den BGA bestücken. Da kann man das Feld erkaufen. Und immer weiter, immer weiter. Da hat aber jemand liederlich gepresst. Gut. Nun gut. Dann fahren wir die Kiste fixier zurück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Ballen hier. Aber ich kann mal kurz einsammeln dann. So, und die Träsche, die können wir eigentlich mit hier draußen hinstellen, aufs Feld. Weil hier wird der Gras angepflanzt. Da kann man dann entweder mal Silage mitmachen oder Heu oder so. Da haben wir sie ganz so weit. Und eben als Abstellfläche kann man es ja auf jeden Fall benutzen. So, dann stellen wir die hier her. Und dann nehmen wir mal fix den hier. So, dann tun wir mal kurz abhängen. Und zwar will ich mal sehen, ob da noch was drin ist. Ist nichts mehr. Ja gut, dann tun wir die Weges auf den Hof stellen. Müsstet ihr auch bloß im Weg. Fährt der Helfer noch? Ne, fährt er nicht. Hmm. Ne, 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 ne. Wegen dem Geräte oder was? Anschalten muss man es ja auch machen. Dann machen wir fix eine Runde hier. Dann kann man endlich mal arbeiten. Hoffe ich doch zumindest. Wenn er mal die selber nimmt. Dann lassen wir den jetzt hier schön fahren. Und wir können den jetzt mal fix noch zurück schaffen. Ich würde sagen, tun wir die Weißen gleich mal ins Lager kippen. Vielleicht auch ganz gut, wenn wir da mal was liegen haben. Ich komme vielleicht da mal eine Saabmaschine ausfüllen oder was nicht was. Mir gefällt ja gut das schon nie. Also so ne. Automatisch geht dann der Blinker wieder aus. So, jetzt gucken wir mal wo wir den Weißen kippen. So, das Weißen und Hesen, ich denke mal. Gibt es ja keine andere Getreidesorte mit W. Wie ich einfach mal was. Okay, machen wir es dann gleich so. Paune ewig rangieren oder so. So. Da stehen die Tonnen. 15 Tonnen. Da stehen die Tonnen. 15 Tonnen. Ja, also Tandem ist schon. Drehschämie ist schon. Eine Sache für sich. So. Den Hängerzug, den stellen wir mal mit rüber. Zu den anderen. Oder kommen wir nicht um mit auf die Wiese stellen. Oh, da können wir nicht um mit auf die Wiese stellen. Okay. So. Ist das besser? Lage in der drüben noch Palmen. Sieht nur so aus. Okay. Dann wollen wir mal die ein. Dann wollen wir mal die ein. Spätchen. Na, Ben. Schön skinnelt die Benden und dem Traktor. Gewöhnungsbedürftig. So, die hier noch, drüben die zwei. Ich weiß gar nicht, wie viele Beine hier raufkommen, 16? Aha, okay, also 18. Uh, dann fahren wir zum nächsten Feld. Hier haben wir auch noch die Weizenfelder. Da drüben eigentlich auch, das ist ja von uns weh lang. Ist egal, wir müssen ja alles machen. Gute Helfer noch machen? Ne, steckt sogar nicht mit dem Salat. Äh, der Helfer, ne. Aber naja, hat's ja bald geschafft. So, lass mal wieder vorne. Wir machen auch weiter. Also, wie gesagt, mal sehen, wie das wird. Mit dem Aufnehmen, da werde ich noch... Geheizelt hat man da. Ähm, mit dem Aufnehmen ist dann irgendwie das Foto. Muss ich mal irgendwie was gucken, was sehen. Ob wir da mal in der Woche oder so. Mal sehen. Oder ob ich da wieder, wo ich jeden Tag eh eine Folge aufnehme. Mal sehen, einfach mal gucken. Und ich weiß gar nicht, ob man bald noch zur BGA fahren kann. Und wenn ja, wohin? Einige Kohlen werden da drin. Einige Kohlen. Dann haben wir auch schon voll. Fahr' mal hier lang. Mhm. Elena. Halber steht schon wieder. Äh. Lassen wir es mal uns stellen. Okay, ich würde sagen, dann fangen wir in der nächsten Folge an, weiter die Ballen abzuladen. Danke fürs Zusehen. Mal sehen wir in der nächsten Folge ein paar mehr Leute wieder hier. Also wir sehen uns in der nächsten Folge, bis daheim.